Musik Hallo, mit einem Arm und Sicht und umpfeift auf die Geschichte da haben wir all grinsen, grinsen, grinsen Disziplin Versucht man halt diese drei Berufe zusammenzugeben Der Schwerpunkt bei mir beim Musical war natürlich die Stimme und das Schauspiel Tanz, ich habe mich bemüht aber ich war halt doch nicht so Balletttänzer werde ich keiner mehr und dasselbe gilt für Chase die Stimme